Du musst dir ja vorstellen, bei so einem langen Zylinder, da muss ja hier diese Nase, die muss ja so lang sein, damit du dann auch in die Mitte triffst. Das habe ich als Spaß mal gehabt im Ausland, da haben wir so einen langen Zylinder von Abus mitgenommen und haben den hingelegt. Und die Messebesucher waren wirklich der Meinung, wie lang ist denn da bitte der Schlüssel? Weil die der Meinung waren, umso länger der Zylinder wird, umso länger muss ja der Schlüssel mehr, damit du bis in die Mitte kommst, wo du sagst, nee. Der bleibt gleich, ja logisch. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Firma Felgner Sicherheitstechnik. Mein Name, falls ihr noch nie so viele Videos da draußen geguckt habt, ist Albrecht Felgner, ich bin der Inhaber der Firma. Und in dem heutigen Video möchte ich euch gerne mal wieder eine Zutrittskontrolle vorstellen. Wir haben ja schon einige Videos zu Zutrittskontrollsystemen gemacht. Heute wollen wir uns mit dem Thema Winkhaus plus Smart beschäftigen. Und was Winkhaus plus Smart ausmacht, was ist der Vorteil des Systems, wo ist vielleicht auch mal ein kleiner Nachteil des Systems, also in einem Produktüberblick. Winkhaus plus Smart, also erstmal generell, Winkhaus ist ein deutscher Hersteller, kommt aus Münster, also auch die Zylinderfertigung und sowas ist alles made in Germany. Und Winkhaus hat sich darauf spezialisiert, ein Zutrittskontrollsystem zu entwickeln, was ohne Außenknauf daherkommt. Also ihr habt ja, wenn ihr mal die anderen Videos von uns schaut, wir nehmen jetzt mal passive Zutrittskontrolle, nehmen wir mal zum Beispiel von Salto. Dann haben wir ja immer einen Zylinder, wo wir einen Außenknauf haben, wo man sein Identmedium davor hält und dann kann man den Knauf drehen, wenn das Identmedium berechtigt ist und kann die Tür öffnen. Das ist jetzt hier in dem Falle nicht so. Wir haben hier einen Zylinder, der in die Bestandslochung, die bei euch schon vor Ort vorhanden ist, eingebaut werden kann, also in unterschiedlichen Längen natürlich, sage ich dann nochmal was dazu. Und in unterschiedlichen Ausführungen, wo ihr eben einfach durch das Einstecken des Schlüssels, also so sieht dann auch der Schlüssel aus, eben den Zylinder betätigen könnt. So sieht jetzt hier der Standardschlüssel aus. Da ist in der oberen Spitze das Identmedium verbaut von Winkhaus, was hier praktisch beim Einstecken ausgelesen wird. Es gibt dann auch noch den sogenannten Premium-Schlüssel, also Entschuldigung, den Schlüssel gibt es in mehreren Farben, sind fünf verschiedene Farben möglich. Da könnt ihr eben einfach so Berechtigung schon anhand der Farben trennen. Standardmäßig wird er hier in diesem Schwarz ausgeliefert. Es gibt aber auch den Premium-Schlüssel, der sieht dann so aus. Der einzige Unterschied ist eigentlich nur, dass in diesem silbernen Teil, in dem oberen silbernen Teil, ist noch ein Fremdchip verbaut, also zum Beispiel MyFair oder Legic, womit ihr eben zum Beispiel ein Zeiterfassungssystem bedienen könnt oder ein Kopierer oder eine Kaffeemaschine oder ein Cafeteria-Abrechnungssystem oder, oder, oder. Also wo ihr eben ein Fremdsystem mit integrieren könnt. Damit ihr nicht zwei Chips am Schlüsselbund habt, habt ihr dann diesen einen, der eben den Winkhaus-Chip hat und den Fremdchip hat. Und die dritte Möglichkeit ist dann der sogenannte Aktivschlüssel. Der sieht also so aus, der ist deutlich größer, hat genauso hier vorne diesen Ansteckpunkt, worüber eben ausgelesen wird. Aber der ist batteriebetrieben, das heißt hier haben wir im Schlüssel eine Batterie. Bei den anderen zwei, die ich euch gerade gezeigt hatte, ist keine Batterie im Schlüssel, also ist ein wartungsfreier Schlüssel, muss auch nie wieder was gewechselt werden. Hier muss nach einer gewissen Zeit die Batterie gewechselt werden, dass sie eben wieder funktioniert. Ich erkläre gleich nochmal, warum man so einen Schlüssel auch mal benötigt. Außer, dass eben die Batterie im Zylinder tot ist, dann braucht man ihn auf jeden Fall. Aber jetzt erstmal vielleicht zu den Zylindertypen, was es so gibt. Also grundsätzlich eben, wie gesagt, ist der Hersteller Winkhaus, hat er Doppelzylinder, Halbzylinder und Knaufzylinder. Das haben wir in mehreren Videos auch schon mal beschrieben. Und ich habe jetzt hier einen Doppelzylinder in der Hand, der an der Grundlänge jetzt hier da ist, 30-30, also drei Zentimeter auf die Innenseite, drei Zentimeter auf die Außenseite. Ein Video zu, wie man Schließzünder misst, haben wir auch schon mal gemacht. Können wir ja hier oben mal verlinken. Dieser Zylinder jetzt hier zum Beispiel ist einer, der einseitig protokolliert ist. Also das ist die Seite, wo ich auch programmieren kann. Wo ich also sagen kann, der Herr Müller darf hier rein, der Herr Schröder darf hier nicht rein. Die andere Seite bei diesem Zylinder, das sieht man auch an der roten Markierung hier unten, ist einfach ein Dummy. Das heißt also, hier schließt jeder Winkhaus plus Smart-Schlüssel, egal ob er programmiert ist oder nicht, oder ob er da schließen durfte oder nicht. Diese Seite lässt sich sozusagen nicht programmieren und nicht protokollieren. Ist also ein einseitig elektronischer Zylinder, so nenne ich es mal. Das Ganze gibt es dann auch noch mit beidseitig. Das wäre jetzt mal zum Beispiel hier, wir haben jetzt mal eine andere Länge. Das seht ihr, der müsste jetzt 45-40 wahrscheinlich sein, oder 40-40, ja 40-40. Beide Seiten sind hier elektronisch protokollierbar. Beide Seiten lassen sich programmieren und beide Seiten werden auch protokolliert. Protokolliert heißt, ich kann diesen Zylinder auch auslesen und kann praktisch festhalten, wer war hier die letzten 10 Mal drinne oder die letzten 20 Mal drinne und kann praktisch dann daraus Rückschlüsse führen, wo, wenn mir zum Beispiel was fehlt in dem Büro, wer war da als letztes drinne. Würde jetzt bei der roten Seite logischerweise, wie ich schon gesagt habe, nicht, da wird kein Protokoll mitgeschrieben. Und dann gibt es noch den sogenannten Dummy-Zylinder. Das ist also einer, der praktisch für die Durchgangstür mal geeignet ist, wo man wirklich keine elektronische Protokollierung braucht. Das sind beide Seiten mit dieser roten Markierung. Da schließt also jeder Winkhaus-Blue-Smart-Schlüssel. Gibt es vielleicht auch Türen, wo das notwendig ist. Kann eine Durchgangstür sein, wo jeder aber durch darf und man einfach sagt, komm, wir setzen das auch mit in den Systemen um. Dann gibt es den Knauf-Zylinder. Der sieht dann so aus. Wir haben auf der Innenseite einen festen, eingekuppelten Innenknauf, der schließt immer. Und wir haben auf der Außenseite einen elektronisch protokollierten und steuerten Zylinderhälfte. Setzt man zum Beispiel ein, klassisch wäre das jetzt Wohnungstür. Also wenn ich jetzt ein Objekt habe, wo ich mehrere Zugänge habe, können natürlich auch Büros sein. Dann wäre das ein klassischer Zylinder. Der, der im Büro ist, kann immer zuschließen. Und die anderen müssen von außen berechtigt sein, in das Büro reinzukommen. Das wäre jetzt, wenn man sagen will, ja, derjenige im Büro möchte mal zuschließen. Sonst könnte man auch den verbauen mit der einseitigen Dummy-Lösung. Weil von der Innenseite kann jeder zuschließen. Von der Außenseite dürfen nur berechtigte Personen rein. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Das sind jetzt alles Zylinder, wo die Batterieversorgung im Zylinder verbaut ist. Das kann man hier gut sehen. Wir haben in jedem Zylinder hier die Möglichkeit, eine Knopfzelle einzusetzen. Das heißt, der wird also direkt bestromt. Winkhaus sagt, ungefähr 25.000 Schließzyklen mit der Batterie, beziehungsweise sechs Jahre Standby. Wem das jetzt nicht reicht oder man hat eine stark frequentierte Tür, dann gibt es auch die Möglichkeit, all diese Zylinder mit einer direkten Stromversorgung zu bestellen. Da kommt also dann, statt der Batterie, kommt dann wirklich ein Kabel raus. Und dieses Kabel kann man dann durch die Tür führen und an den festen Strom anschließen. Hat den Vorteil, dass man eben nie wieder eine Batterie wechseln muss. Oder es gibt eben noch die Möglichkeit, bei all diesen Zylindern auch ein externes Batteriefach oder die Zylinder mit externem Batteriefach zu bestellen. Dann müssen sie nicht direkt bestromt werden, sondern da ist wieder eine Batterie drin. Aber weil man eben auf der Innenseite dieses externen Batteriefach hat, gehen mehr Batterien rein. Und da sagt der Hersteller dann bis zu 200.000 Schließungen, beziehungsweise bis zu zehn Jahre Standby. Also es gibt da, muss man sich wirklich angucken, an welcher Tür man welchen Zylinder benötigt. Das muss man rauskriegen. Für normale Bürotüren und für den normalen Umgang mit so einer Schließanlage reichen die Zylinder, wo die Knopfzelle im Zylinder ist. Wichtig ist nur, wenn man die dann tauschen muss nach den 25.000 Schließzügen, muss der Zylinder raus. Batterie wird gewechselt, muss der Zylinder wieder rein. Das ist zum Beispiel eine der Sachen, die aus meiner Sicht nachteilig sind für das System. Da gibt es andere Digitalsysteme, wo das besser funktioniert. Aber die haben eben dann auch einen Außenknopf. Also das muss man auch sagen, wenn natürlich vor der Tür ein Außenknopf ist, den ich drehen muss, komme ich natürlich besser an die Batterien. Sieht aber dann optisch wieder nicht so schön aus. Das hier sieht es wirklich, wenn ich jetzt den Zylinder eingebaut habe in meiner Tür, sieht das wieder so aus wie vorher. Ich hatte vorher einen mechanischen Schließzünder drin, danach habe ich einen elektronischen Schließzünder drin und optisch hat sich bei mir eigentlich nichts verändert. Und trotzdem habe ich die ganzen Möglichkeiten, die die Zutrittskontrollsysteme eben bieten. Ich kann den Schließplan frei programmieren jederzeit. Ich kann jederzeit sagen, der Herr Schröder darf da rein. Ne, der darf da doch nie rein. Ich kann das täglich, minütlich, theoretisch ändern. Ich kann jederzeit ein Zutrittsprotokoll auslesen. Da muss ich zwar mit dem Programmiergerät, komme ich dann gleich nochmal dazu, zu der Tür und muss den auslesen. Ich kann Zeiten vergeben. Das ist ja immer das, warum ich immer sage, Zutrittskontrolle im Vergleich zur Mechanik. Wenn man jemanden einen mechanischen Schlüssel gibt, kann man dem zwar sagen, bitte nutze den nur zwischen 7 und 9. Die Wahrheit ist, wenn er den um 10 benutzt, schließt der auch. Bei dem elektronischen Schließsystem habe ich sehr wohl die Möglichkeit, das auf dem Schlüssel zu speichern, nur zwischen 7 und 9. Und wenn derjenige um 10 versucht, die Tür zu schließen, dann funktioniert es nicht. Wenn es ein elektronisch protokollierter Zylinder ist, elektronisch gesteuert Zylinder ist. Bei dem Dummy Zylinder könnte er auch um 10 schließen, logisch, weil da wird ja nichts überprüft. Der hat übrigens dann auch keine Batterie. Also der Dummy Zylinder, logisch, hat keine Batterie. Ja, dann gibt es natürlich für die Vervollständigung, wir haben jetzt hier nur ein Beispiel da liegen, sogenannte Aufputzleser oder generelle Wandleser, so nenne ich das mal. Das ist jetzt hier ein sogenannter Aufbuchleser. Was heißt Aufbuchleser? Ihr müsst euch vorstellen, ich ändere jetzt in meiner Software. Ich habe das jetzt alles gekauft, habe jetzt alles angelegt und habe jetzt in meiner Software die Möglichkeit, ja ständig, wie ich es gerade gesagt habe, Änderungen einzugeben. Also eben, der Herr Schröder darf jetzt doch morgen in die und die und die Tür. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Der Herr Schröder kommt zu mir und ich nehme mein Programmiergerät und stecke den Schlüssel von dem Schröder hier rein und programmiere den um. Heißt ja aber auch, er muss zu mir kommen, wir müssen einen Termin ausmachen oder oder oder. Was bei größeren Installationen einfach nie praktikabel ist. Sinnvoller ist es dann, man hängt an eine zentrale Stelle, so einen Aufbuchleser. Dieser Aufbuchleser ist logischerweise fest am Strom und am Netzwerk und meine Softwareänderungen, die ich in der Software getätigt habe, werden an dieses Gerät übermittelt und jeder Mitarbeiter, sollte an einer zentralen Stelle verbaut sein, kann hier seinen Schlüssel einstecken und kriegt in dem Moment die neuen Informationen, die aus der Software kommen, auf diesen Schlüssel übertragen. Superschöne Sache, weil er eben nicht zu mir ins Büro kommen muss, sondern er kann jederzeit zu diesem Aufbuchleser gehen. Auf diesen Aufbuchleser werden auch die Blacklist übertragen. Blacklist heißt, jemand hat seinen Schlüssel verloren, meldet mir das. Wir nehmen jetzt wieder den Herrn Müller, der Herr Müller hat seinen Schlüssel verloren. Ich sage in der Software, der Herr Müller hat seinen Schlüssel verloren. Und der Herr Schröder und wie sie alle heißen, die stecken ja früh ihren Schlüssel hier rein, um ihre aktuellen Berechtigungen zu bekommen, kriegen automatisch auch mit übermittelt, dass der Herr Müller seinen Schlüssel verloren hat. Und jetzt schließen die im Objekt ja ihre Türen und immer bei diesem Schließen dieser Türen übertragen die auch die Information an die Zylinder, dass der Herr Müller seinen Schlüssel verloren hat. Das nennt man virale Verbreitung. Der Vorteil ist wirklich, ihr müsst eben nie bei einem Schlüsselverlust an alle Türen. Empfehlung von meiner Seite ist, wenn es kritische Türen sind, sagen wir mal zum Beispiel die zum Serverraum, die Tür zum Personalbüro, zur Buchhaltung, dann ist es sinnvoll, da nicht drauf zu warten, bis einer eurer Mitarbeiter diese Tür informiert hat, der Herr Müller hat seinen Schlüssel verloren, sondern in dem Fall wäre es sinnvoll, ihr würdet selber zu der Tür kurz gehen, um sicherzustellen, dass die Information auch schnell dort ist. Aber ansonsten gilt die virale Verbreitung. Schöne Sache, diese Aufbuchleser gibt es in zwei Varianten, als reinen Aufbuchleser, wie man jetzt hier hat, oder als Aufbuchleser mit potenzialvollem Kontakt. Was heißt das? Das heißt, die Leute stecken ihre Schlüssel hier rein, kriegen ihre neuen Berechtigungen und es öffnet sich aber auch eine Tür oder eine Schranke oder ein Tor. Die Mitarbeiter merken also gar nicht, dass das hier unbedingt ein Updater ist, so nenne ich das mal, sondern die denken einfach, wenn ich den Schlüssel hier einführe, dann geht halt das Tor auf. Das geht auch. Und es gibt auch den sogenannten Offline-Laser, der hat nicht diesen Schlüsselkanal, also da stecke ich den Schlüssel nicht rein, sondern ich halte ihn nur davor. Sieht aus wie ein klassischer Wandlaser, wo ich nur meinen Schlüssel davor halte und in dem Moment wird der Chip ausgelesen und das Tor geht zum Beispiel auf. Dort werden natürlich dann aber keine Informationen ausgetauscht, sondern wirklich nur Schlüssel dran gehalten, darf der hier schließen oder nie, wie bei einem Zylinder und wenn ja, dann wird eben der potenzialfreie Kontakt geschalten, zum Beispiel das Tor, die Schranke oder was auch immer öffnet sich. Also diese Möglichkeiten gibt es, um das eben in der Firma komplett zu vernetzen. Das ist das Programmiergerät mit Display. Hier kann ich die Sachen, die ich in der Software geändert habe, kann ich hier übertragen per USB und kann dann von hier aus Schlüssel programmieren. Hat also hier vorne auch so einen Schlüsselstecker, dass ich Schlüssel programmieren kann. Und ich kann von hier aus auch tragbar Türen programmieren. Also spiele wirklich erst meine ganzen Informationen auf das Programmiergerät und kann dann durchs Objekt gehen und die Türen und Schlüssel updaten. Eine schöne Lösung. Und jetzt war noch die Frage, Winkhaus aktiv. Also wir haben ja hier diesen sogenannten Aktivschlüssel. Warum gibt es diesen Aktivschlüssel? Wir haben eine Batterieversorgung im Zylinder, wir haben keine Batterieversorgung normalerweise im Schlüssel und hier haben wir auf einmal einen Schlüssel, wo eine Batterie drin ist. Was soll das? Die Idee dahinter ist sehr, sehr gut. Die ist im Grunde genommen, ihr habt jetzt ein Objekt, 100 Türen, wo ihr BlueSmart verbaut. Kein Problem, weil die 100 Türen sind alle in diesem einem Objekt. Einmal aller zwei Jahre werden alle Batterien getauscht. Alles kein Problem, weil man ja eben nur von Tür zu Tür laufen muss, Batterien wechselt und alles ist gut. Jetzt habt ihr aber noch ein Objekt, wo zwei, drei Türen sind. Das ist ein Außenstandort, wo ein Lager mal als Beispiel, wo eure Mitarbeiter, wo fünf, sechs Mitarbeiter ab und zu mal hin müssen, ganz selten und ihr im Grunde genommen schon gerne BlueSmart haben wolltet, aber ihr nicht sicherstellen könnt, wer wechselt dort aller zwei Jahre die Batterie. Wie kriegen wir denn raus, ob die Batterie noch hält oder ob sie schon leer ist. Und um das zu umgehen, hat Winkhaus sich gedacht, gut, dann kann man die Zylinder auch ohne Batterie betreiben. Also man kauft die gleichen Zylinder, setzt aber hier nie eine Batterie ein und holt sich dann für diese Mitarbeiter, die das betrifft, diese sogenannten BlueSmart Active Schlüssel, also mit Batterie, die sind halt auch größer, weil bei diesen Zylindern holt sich dann der Zylinder die Spannung aus dem Schlüssel. Das heißt, ich bräuchte hier unten nie eine Batterie einsetzen, sondern die Spannungsversorgung kommt nur aus dem Schlüssel. Das ist nicht das eigentliche Winkhaus BlueSmart System, also nie falsch verstehen, aber es ist eine Erweiterung für den Fall, dass ihr eben diesen einen Sonderfall an ein, zwei Türen habt, wo das sinnvoll wäre, das so zu erweitern. Und man sollte in jeder Installation einen solchen Schlüssel mitbestellen. Warum? Weil er eben relativ problemlos, oder nie relativ, absolut problemlos Türen öffnen kann, wo die Batterie tot ist. Also wenn er programmiert ist, logischerweise, aber dann kann ich zu der Tür gehen und kriege trotzdem die Tür aufgeschlossen, kann mich dann darum kümmern, dass ich die Batterie noch tausche, wo ich mit diesen normalen Schlüsseln eben dann vor der Tür stehe, weil er eben nicht mehr schließt, weil die Batterie eben tot ist. Gibt es da eine Limitierung für die Schlüssel? Wie viele Schlüssel, wenn er dich auch schließen kann? Aus meiner Sicht, nein. Kann man ja ein bisschen was aus dem Privatleben erzählen, und dann schwenkst du rüber, zulässt dich warten. Nee, grundsätzlich würde ich fast behaupten, habe ich eigentlich jetzt einen groben oder einen generellen Überblick gegeben. Achso, das Ganze ist natürlich für größere Installationen. BlueSmart läuft richtig mit Software, die auf dem Computer installiert wird, also es ist was für größere Installationen. Wen das interessiert, gibt es das natürlich auch nochmal für die Standalone-Lösung zu Hause, mit App-Programmierung, Handy und so weiter. Nennt sich dann BlueCompact. Würde ich jetzt aber nie weiter darauf eingehen wollen, würde ich gerne nochmal ein separates Video machen wollen. Aber die Komponenten sind weitestgehend dieselben. Also der Schlüssel sieht bei BlueCompact ähnlich aus, von der Form auf jeden Fall genauso, hat ein bisschen eine andere Farbe. Die Zylinder sind mal genau die gleichen, bloß dass sie eben BlueCompact sind. Nur, dass man das schon mal gesehen hat, man kann das also auch in einem Einfamilienhaus verbauen oder in der Eigentumswohnung. Das geht schon. Dann ist bloß dann eben nie BlueSmart, sondern eben BlueCompact. BlueSmart würdest du da wie viele Türen empfehlen? Das würde ich jetzt, ne, würde ich so auch nie gerne definieren, wie viele Türen. Ich würde fast eher sagen, dass es eine Mischung ist, aus wie viele Türen und wie viele Nutzern. Weil es können fünf Türen sein, aber ich habe 300 Nutzern. Dann bin ich definitiv bei BlueSmart. Also ich würde das nicht über Sandy verwalten wollen. Da würde ich wahnsinnig werden. Aber es können natürlich auch 20 Türen sein und drei Nutzern. Da würde ich wahrscheinlich immer noch sagen, nimm BlueCompact, das geht immer noch. Das muss man wirklich genauer betrachten. Klassisch ist jetzt so, ich habe ein Bürohaus, 50 Türen, 100 Nutzer, BlueSmart, ganz klar, BlueSmart. Und das sind ja auch die Installationen, die wir so haben. Also wir haben ein paar Kliniken zum Beispiel damit ausgestattet oder so. Da hast du ja, da reden wir über 100 Türen und 300, 400 Nutzer. Das ist dann eindeutig BlueSmart. Dort geht jetzt langsam die Batterie zur Neige. Wie macht sich der Schließzylinder bemerkbar? Ja, der Schließzylinder selber lässt sich im Grunde genommen ein bisschen warten. Er lässt also, ich hatte ja vorhin gesagt, du musst ja den Schlüssel anstecken. Halt, ich muss den Zylinder finden, wo es natürlich auch geht. Hier, wo ich den Schlüssel anstecke und ich kann jetzt sofort drehen. Und das würde dann eben nie sofort gehen, sondern er würde mich mehrmals den Schlüssel anstecken lassen und ich würde schon sagen, ahoy, was ist denn jetzt los? Und das ist für mich so ein Zeichen, hier muss ich mal mit meinem Hausmeister oder mit unserem Sicherheitsdienstleister sprechen. Was ist denn mit dem Zylinder los? Das wäre dann das Zeichen dafür, dass die Batterie schon schwach wird. Sie geht aber noch. Das macht er schon relativ früh und lässt sich warten. Wenn man jetzt ein Online-System hat mit dem Aufbuchleser, wie ich es vorhin erklärte, dann werden auch diese Batteriestandsinformationen, also da nehmen wir wieder den Herrn Schröder, der hat jetzt drei verschiedene Zylinder geschlossen an dem Tag, geht am Ende des Tages zu dem Aufbuchleser, steckt seinen Schlüssel rein und geht nach Hause mal so als Beispiel oder nächsten Morgen, wie auch immer, überträgt er diese Information, dieser fünf geschlossenen Zylinder zurück in die Software und die Software weiß, wie der Batteriestand ist. Und sobald der Batteriestand absinkt, meldet sich die Software bei mir und sagt, du, hier musst du mal die Batterie tauschen. Das Gleiche könnte ich übrigens auch mit dem Batteriegerät auslesen. Also ich könnte auch mit dem Programmiergerät hingehen und könnte darüber den Batteriestand auslesen. Aber er lässt mich im Grunde genommen immer erstmal warten. Und wenn er jetzt komplett tot wäre, also Batterietod, man hat alle Warnungen, die waren ignoriert oder eben nie mitbekommen, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, mit dem BlueSmart Active Schlüssel, der natürlich berechtigt sein muss. Also ich muss ihn in der Zutrittskontrolle, in der Software dann erstmal für diese Tür, die es betrifft, berechtigen. Kann ich aber mit diesem Schlüssel, weil die Stromversorgung aus dem Schlüssel kommt, den aufschließen und kann dann, wenn ich ihn aufgeschlossen habe, logischerweise ganz schnell ausbauen, neue Batterie rein und dann ist wieder alles okay. Aber ist ja ganz clever. Muss man ja nicht knacken, wenn es komplett leer ist. Korrekt. Wobei, das haben ja eigentlich alle Zutrittskontrollsysteme. Alle machen es ein bisschen anders. Es gibt welche, da hole ich mir die, da gibt es ein richtiges Notstromgerät. Das nehme ich mal, ich nehme jetzt mal das Beispiel Ever-Air-Key. Da gibt es ein richtiges Notstromgerät, was ich kaufe, wo ich dann eben über eine Steckverbindung auf der Außenseite Strom aufgebe, wo es immer noch nie die Tür übrigens öffnet, sondern dann nur die Spannungsversorgung herstellt. Ich brauche dann immer noch den Chip, der berechtigt ist. Und das ist hier das Gleiche. Dieser Schlüssel stellt die Spannungsversorgung her, würde aber, wenn er nicht programmiert ist, nie die Tür öffnen. Da würde ich ihn dann reinstecken. Da wäre zwar ganz kurz wieder Strom auf dem Zylinder, aber der Zylinder würde sagen, ja, du bist aber hier nicht berechtigt, dann kann ich immer noch nicht schließen. Also ich muss den trotzdem berechtigen, den Schlüssel. Aber wenn er nicht berechtigt ist, reicht die Zeit, den schnell rauszuziehen und den berechtigten reinzustecken? Nein. Nein. Deswegen, wenn man jetzt zum Beispiel eine größere Installation hat, würde ich empfehlen, einen BlueSmart Active Schlüssel zu haben und den entweder gleich als Generalschlüssel zu programmieren, der schließt alles und den in den Tresor zu packen oder eben immer zu wissen, gut, wenn ich ihn brauche, muss ich ihn in dem Moment aufs Programmiergerät für diese Tür zulassen und dann kann ich ihn benutzen. BlueSmart Active Schlüssel wäre übrigens auch ein klassischer, ein guter Einsatzschlüssel für diesen Feuerwehrschlüssel. Ich muss es mal sagen, Feuerwehrschlüssel ist ja, wir haben Objekte, wo wir auf der Außenseite einen Rohrdressort in die Außenfassade einbringen, wo ein Feuerwehrschlüssel deponiert wird. Denn wenn es brennt, kann die Feuerwehr in diesen Rohrdressort rein und kann sich dort den Schlüssel rausnehmen. Da könnte man natürlich einen BlueSmart Active Schlüssel reintun, weil der BlueSmart Active Schlüssel hatte einen Vorteil, dass wenn dann Türen im Objekt sind, wo vielleicht die Batterie leer ist, würde der schließen. Berechtigt ist er und dann würde er schließen. Wenn jetzt so ein Schlüssel dort deponiert ist, gehe ich natürlich das Risiko ein, dass wenn da Türen dabei sind, wo die Batterie leer ist, kommt die Feuerwehr mit diesem Schlüssel in die rein. Auch wenn er berechtigt ist, kommt es in die rein, weil eben die Batterie leer ist. Also das muss man überlegen, wenn man natürlich sagt, okay, wir bedienen ja eh alle Türen in unserem Objekt und wir kümmern uns auch darum, dass die Batterien auch immer gewechselt werden in gewissen Abständen, dann ist das kein Argument. Dann kann man auch natürlich den ganz normalen Schlüssel da rein tun. Gibt es noch Fragen? Ich habe keine Fragen. Du hast keine Fragen? Gibt es noch Verbesserungen? Nein. Das war perfekt quasi. Das war sozusagen perfekt. Als Add-on für uns in der Firma nie wirklich so wichtig, aber es ist machbar, deswegen will ich es einfach nur kurz erwähnt haben. Es gibt auch Beschläge, das heißt, ich kann also auch einen Glastürbeschlag oder einen klassischen Türbeschlag von Winkhaus bekommen. Dort stecke ich dann nicht meinen Schlüssel rein, wie ich es jetzt hier bei den Zylindern mache oder wie ich es bei dem Aufbruchlaser mache, sondern ich halte wirklich nur diese Spitze, diese obere Spitze, wo ja der Chip verbaut ist, an den Beschlag und der Beschlag kuppelt ein. Wir haben jetzt ein klassisches, passives Leserverfahren dann. Der Beschlag hat aber dann auch eine Batterie und, und, und. Ich wollte nur sagen, dass es das gibt. Die wenigsten Kunden von uns benötigen das in ihrem System. Die sagen, wir brauchen diese Zylinder, wir wollen alles auf Zylinder umsetzen. Es war nur, der Vollständigkeit halber wollte ich euch das nicht vorenthalten. Das gibt es auch. Auf www.felkner.de könnt ihr unter Zutrittskontrolle unter dem Leistungsspektrum sehen, was für Zutrittskontrolle Systeme wir anbieten und da findet ihr auch Winkhaus Plusmart und dort könnt ihr euch nochmal genauer belesen zu dem Thema. Genau, also das auf jeden Fall. Bei Interesse einfach eine kurze E-Mail an vertrieb.felkner.de schreiben oder hier unter das Video schreiben oder uns auf Instagram, Facebook und ach, wir erreichen uns immer. Ihr könnt uns auch gerne einfach in unseren Ladengeschäften in Dresden und in Freital besuchen. Das ist auch in Ordnung. Wir helfen euch da gern. Man kann wirklich nicht so eine Projektierung, also ich würde sagen, so eine Projektierung ist schwierig über Ferne. Es ist hier oftmals sinnvoller, man setzt sich mal zusammen, man sieht das Objekt mal, um dann einfach einen guten Vorschlag zu machen, weil es eben einfach so viele unterschiedliche Typen an Zylindern gibt. Ich habe eben, wie gesagt, die, dann habe ich die Standalone, dann habe ich die, die richtig fest verstromt werden, dann habe ich welche mit Batteriepack und, und, und. Da muss man wirklich mit dem Kunden mal genauer reden, was hat er denn vor eigentlich. Und dann machen wir euch einen Vorschlag, was das Richtige für euch ist. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es so ist, ein Like da lassen, dann wissen wir, dass es gut war. Wenn nicht, dann auch den Daumen nach unten, aber dann schreibt bitte in die Kommentare, was euch nie gefallen hat. Wenn hier irgendwas dabei ist, wo ich nochmal detaillierter drauf eingehen sollte, bitte auch schreibt das in die Kommentare. Wir lesen uns die sehr aufmerksam durch und versuchen dann auch da wieder Videocontent aufzubauen, wenn euch das interessiert. Ansonsten abonniert den Kanal, Glocke anmachen, dann verpasst ihr keine Videos. Bleibt gesund, bleibt sicher und bis zum nächsten Mal. Ciao.